Hallo meine Lieben, in diesem Video geht es um Märkte abseits des Gleichgewichts und insbesondere staatliche Eingriffe in Märkte wie Mindestpreise, Höchstpreise und eben auch den Mindestlohn. Wir schauen uns erstmal einen Markt im Gleichgewicht an, hier in dem Fall der Erdbeermarkt. Wir sehen hier hat sich eine Gleichgewichtsmenge und ein Gleichgewichtspreis gebildet und wir haben auch bereits gelernt, dass das optimal ist für die Gesamtwohlfahrt. Also die Summe aus Konsumenten- und Produzentenrente, die wir hier jeweils als die grüne dreieckige Fläche und die rote dreieckige Fläche sehen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Konsumentenrente oder Produzentenrente ist, dann schaut euch bitte das entsprechende Video hier auf diesem Kanal an. So ein Gleichgewichtspreis, der ist nicht in Stein gemeißelt, sondern der verändert sich häufig mal, denn die Angebotskurve und die Nachfragekurve, die verschieben sich schon auch mal. Zum Beispiel, wenn es extrem nass war, dann wachsen Erdbeeren nicht so gut, weil die wollen viel Sonne und wenn es nass war, gibt es eben nicht so viele Erdbeeren. Deswegen verschiebt sich die Angebotskurve nach links und dann muss sich eben der Gleichgewichtspreis neu einpendeln. Das heißt, der neue Gleichgewichtspreis wird höher liegen als der alte Gleichgewichtspreis. Wie sich so ein Preis einpendelt, da haben wir auch das COP-Web-Modell bereits kennengelernt. Auch hier gilt, wenn ihr nicht wisst, wie das funktioniert, schaut euch das entsprechende Video auf diesem Kanal an, dann habt ihr das sicher verstanden. So, umgekehrt kann sich natürlich auch die Nachfragekurve verschieben. Wenn zum Beispiel eine Studie rauskommt, dass Erdbeeren noch gesünder sind als bisher angenommen, dann verschiebt sich die Nachfragekurve aufgrund der höheren Nutzen-Einschätzung nach rechts und auch dann muss sich ein neuer Gleichgewichtspreis einpendeln, weil durch die höhere Nachfrage, die eben auf das weiterhin bisherige Angebot trifft, wird sich hier auch ein neuer Gleichgewichtspreis einpendeln, der höher liegt als der alte Gleichgewichtspreis. So, das kann jetzt nicht nur vom Markt heraus passieren, so was, sondern es kann auch sein, dass der Staat ganz konkret selber in einen Markt eingreift, in Form von Mindest- oder Höchstpreisen. Schauen wir uns das Ganze hier mal für Höchstpreise an. Angenommen, die Regierung möchte jetzt die gesunde Ernährung der Bevölkerung fördern und sagt, okay, wir wollen, dass Erdbeeren möglichst günstig sind, wir legen einen Höchstpreis für Erdbeeren fest. Dann sehen wir hier, entsteht ein Nachfrageüberschuss, das heißt, zu diesem Höchstpreis, der niedriger ist als der Gleichgewichtspreis, wenn er höher wäre, hätte er überhaupt gar keinen Effekt, weil der Gleichgewichtspreis ja schon drunter liegt. Also muss er unter dem Gleichgewichtspreis liegen. So, und zu diesem niedrigeren Preis ist jetzt die Nachfrage höher als die angebotene Menge. Und das führt eben zu einem Nachfrageüberschuss. Wie sieht es jetzt mit den Renten aus? Die Produzentenrente wird verkleinert und die Konsumentenrente wird vergrößert. Aber zum Nachteil halt hier der Produzenten. Und wir sehen, die Gesamtwohlfahrt ist gesunken, weil wir haben jetzt hier eine weiße Fläche, eine weiße dreieckige Fläche, die nicht ausgefüllt ist. Und die haben wir an Gesamtwohlfahrt durch diesen Höchstpreis verloren. Das Ganze funktioniert auch, wenn ich einen Mindestpreis festlege. Auch der hat nur einen Effekt, wenn er über dem Gleichgewichtspreis liegt. Ansonsten macht das keinen Sinn. Und wenn die Regierung jetzt zum Beispiel sagt, wir möchten die Erdbeerbauern schützen, es muss einen Mindestpreis für Erdbeeren geben. Dann wird es einen Angebotsüberschuss geben. Also diesen Mindestpreis sind dann mehr Erdbeerbauern wieder bereit, Erdbeeren anzubauen und anzubieten. Aber die Nachfrage für diesen höheren Preis ist halt geringer. Wie sieht es dann wieder mit den Renten aus? Hier wird dann die Konsumentenrente verkleinert und die Produzentenrente wird vergrößert. Und auch hier sehen wir wieder, wir haben eine weiße Fläche, die wir an Gesamtwohlfahrt verloren haben. Nichtsdestotrotz kann es schon auch Gründe geben, warum man Höchstpreise und Mindestpreise festlegt. Ein Beispiel dafür ist der Mindestlohn, ein Mindestpreis für Arbeit. Wir sehen hier einmal das Angebot. Und wichtig ist das Angebot an Arbeitskräften. Also das sind jetzt die Arbeitnehmer. Und dann gibt es eine Nachfrage nach Arbeitskräften. Und durch den Mindestlohn entsteht hier, in der Theorie zumindest, ein Angebotsüberschuss. Weil zu diesem höheren Stundenlohn sind mehr Menschen bereit jetzt zu arbeiten. Aber weniger Nachfrage entsteht eben durch diesen höheren Lohn. Das bedeutet eben in der Theorie Arbeitslosigkeit, die hier entsteht. Und genau davor wurde bei der Einführung des Mindestlohns in Deutschland massiv gewarnt. Dass dadurch Arbeitsplätze verloren gehen und Arbeitslosigkeit entsteht. Warum hat man den Mindestlohn eingeführt? Es war zum Teil so, dass die Stundenlöhne, vor allem auch in Ostdeutschland, so niedrig waren, dass es nicht zum Leben gereicht hat. Und die häufig trotzdem auf Sozialleistungen noch angewiesen waren, um überhaupt das Existenzminimum abzusichern. Und dann hat man gesagt, das geht einfach nicht. Es muss einfach einen gewissen Lohn geben, den alle Menschen bekommen, um davon auch leben zu können. So, aber natürlich haben die Leute nichts davon, wenn sie eben statt einer schlecht bezahlten Arbeit gar keine Arbeit mehr haben. Wie kam es jetzt aber tatsächlich? Tatsächlich sind weit weniger Jobs verloren gegangen als befürchtet. Warum war das so? Das liegt an Kompensationseffekten, die die Arbeitgeber angewandt haben, um diesen höheren Lohn auszugleichen. Sie haben zum Beispiel die Öffnungszeiten verkürzt und damit auch die Arbeitszeiten der Menschen. Und haben so den Lohn quasi wieder kompensiert. Wenn man weniger arbeitet für einen höheren Lohn, dann hat man am Ende immer noch denselben Monatslohn. Zum Teil wurden einfach offene Stellen nicht neu besetzt. Höhere Löhne wurden manchmal auch als Preise, als höhere Preise an die Kunden weitergegeben. Und leider auch illegale Methoden, dass man zum Beispiel unbezahlte Überstunden ausgeweitet hat, dass man Trinkgelder einbehalten hat. So Sachen sind leider auch aufgetreten. Insgesamt kann man festhalten, der Mindestlohn kostete weit weniger Arbeitsplätze als befürchtet. Aber durch diese Kompensationseffekte haben auch weniger Menschen profitiert, wie erhofft. Das heißt, die Löhne sind in diesem Niedriglohnbereich zwar gestiegen, aber nicht so stark, wie sie es eigentlich hätten müssen durch den Mindestlohn. Deswegen ist die Frage, muss man ihn dann weiter erhöhen? Was passiert denn, wenn der Mindestlohn weiter steigt? Das ist so einfach tatsächlich nicht zu beantworten. Denn auf der einen Seite muss ein Mindestlohn steigen, wie alle Löhne und Gehälter, um Preissteigerungen auszugleichen. Ansonsten macht er keinen Sinn. Aber wie stark er steigen muss, ist sehr, sehr schwierig zu beantworten. Denn es wird davon ausgegangen, dass es eine Art Kipppunkt gibt, wo diese Kompensationsmaßnahmen der Arbeitgeber nicht mehr ausreichen. Und es dann tatsächlich zu den befürchteten Entlassungen kommt. Das Problem ist, dass keiner weiß, wo dieser Kipppunkt wirklich liegt. Das heißt, da kann man sich einfach nur rantasten. Und genau das macht eben die Kommission, die den Mindestlohn festlegt. Das ist die Mindestlohnkommission. Die hat einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Die kommt entweder oder beziehungsweise das ist jemand, der gemeinsam von Arbeitgebern und Gewerkschaften bestimmt wird. Dann gibt es drei stimmenberechtigte Mitglieder der Arbeitgeber und drei stimmenberechtigte Mitglieder der Gewerkschaften. Und dann gibt es noch jeweils ein beratendes Mitglied aus der Wissenschaft. Die haben allerdings kein Stimmrecht, die beraten lediglich. Die treffen sich regelmäßig und legen die Höhe des Mindestlohns fest. So, jetzt habt ihr hoffentlich einen Einblick bekommen, wie das ist mit staatlichen Eingriffen und Märkten abseits des Gleichgewichts und wie der Mindestlohn funktioniert.